Freuen Sie sich auf den Drei-Treue-Bonus. Damit können Sie sich ab sofort bei Vertragsverlängerung ein neues Handy bzw. Modem holen. Zu attraktiven, günstigen Preisen. Nach dem ersten Jahr haben Sie die Wahl. Entscheiden Sie sich für eine Vertragsverlängerung, bekommen Sie ein neues Handy bzw. ein neues Modem zum günstigen Preis. Oder aber Sie brauchen zu dem Zeitpunkt vielleicht gar kein neues Handy oder Modem. Dann genießen Sie die Drei-Bonus-Prämie. Ein Guthaben, das die nächsten 24 Monate auf Ihrer Rechnung gutgeschrieben wird. Wenn Sie bereits vorher ein neues Handy bzw. Modem wollen, bei Drei bekommen Sie es. Unser Drei-Sofort-Handy bzw. Drei-Sofort-Modem gibt es zu Top-Konditionen. Einfach, unbürokratisch und vor allem ohne Bindung. Wie auch immer Sie sich entscheiden, es lohnt sich beim neuen Drei zu sein.